Geht das überhaupt alles richtig? Also doppelgut so. Oder das Ausrand? Jetzt. Ist doch schon viel glatter. Ja. Na gut, der geht immer noch nach rechts weg. Wir haben ja auch rechts zu. Hast du das? Ging hier immer nach rechts weg? Ich bin es mir ein. Auf beim Fliegen, beim Mafia-Sumor. Diesen krassvollen Auflassflug ohne auszufliegen. Auf das Warnhaus hoch, ohne dann auszufliegen. Vollgas? Wo? Und? Jetzt geht es aber nicht mehr nach links weg. Machst du irgendwas? Ja klar. Dann passt es perfekt. Beim anderen hättest du schon einen halben Looping geflogen. Bleib mal oben. Ja. Kann man auf uns zu? Höher gehen. Höher gehen. Höher gehen. Ja, ich sehe sie kaum noch. Drinnen nochmal gegen Wind. Genau 180 Grad drehen. Dann haben wir einen Rückenfluch auf dem, oder? Ne, 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 ne. Hauptsache, schlaue Kommentare gegeben. Das Ding wird ja sehen. Dann stimmt das Ding wahrscheinlich noch. Schwerpunkt. UWG Schwerpunkt. Oder der Anstrengung. Ja, okay. Schwerpunkt. Drehen mal um den Siegel. Und jetzt lassen wir mal einfach alles gehen. Ja. 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 Also wir sind gleich oder andere Fringlingen, genau das Rad hier, weil ich mich noch kommt es aqui, aber nur was, sowohl, ich meine in die Flächen von ihm crews sind. Ja. Ja. Ja, ja. Das ist gut. Vielen guarjägivers sind. Und ich bin nerverv Russell, aber nicht�� nehme anytime. Das ist dein爱 der Schmidt, dein Modal hier. Ich bin mal... Ja, 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 ja. quaszas, das ist irgendwas. Was ist hier, da ist das passiert? Ja, da ist es gut. Die ist kopflastig und hochgetrimmt. Akku einen halben Meter zurück. Land! Herr Müller. Sofort land! Da stehen jede Menge Leute auf der Piste, gell? Ah Müller Sonne! Ja, aber richtig rein, du! Ja, nehmt doch vorne. Von oben ist doch kaum Wind. Das ist spannend. Ich wundere, dass die so scheiße landen, wenn die total kopflastig sind mit dem Höhenruder. Wenn wir jetzt einen Akku einen halben Meter zurück und grünen sind, dann kauft die Reise. Hat halt eben so einen großen Akku gekauft, gell? Hier, wo lauter Kamera am Ende, kann ich mal ein bisschen hin mir sehen. So egal!